Alter, soll's das jetzt gewesen sein? Wie fühlst du dich? Beschissen... Beschissen wär gepreut. Danke. Schön. Wir sollten reden. Ich war nicht viel älter als du, als ich meine Familie verlor. Viele Jahre trug ich den Schmerz in mir. Ich wollte mich nicht besser fühlen. Wieso? Ich dachte, wenn ich den Schmerz loslasse, würde ich alle verlieren, die ich liebte. Doch ich lag falsch. Die waren am 30. August mit Star Wars Outlaws weiterführen werden. Gemeinsam fanden wir einen anderen Weg zu überleben. Vielleicht ist das ja die Kleine von Outlaws. Das ist so nur eine Frau. Dieser Schmerz gehört dir. Er ist total von dir. Das war ein ganz anderes Studio, aber vielleicht ist das lizenzmäßig so gewünscht. Der Tod meiner Mutter hat meinen Papa verändert. Und mich auch, schätze ich. Und mein Stofftier. Doch das muss dich nicht ausmachen. Und du darfst dich davon auch nicht verzehren lassen, hörst du? Na, cool ist wieder 20 Minuten Epilogue. Und urheberrecht geschützte Musik. Und urheberrecht geschützte Musik. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ist er das oder ist er das nicht? Wie so ein Hütchenspieler. Das Stofftier kann dir niemand ersetzen. Was tust du? Was tust du? Was tust du? Was war das denn? Achso, Zeitraffer. Ich dachte eben schon. Die brennen aber lang, ne? Die haben bestimmt Alkohol getrunken. Hoffentlich kriegen sie die wieder gelöscht. Ihr habt auf Bracker mein Leben gerettet. Ihr habt mich meinen eigenen Weg gehen lassen, als es mir wichtig war. Und dafür habe ich dich getötet. Ihr habt mich gelehrt, was es heißt, ein echter Jedi zu sein. Jetzt seid ihr fort. Ne, das ist bei Seri oder Seya. Ja, Seya. Das hat schon mal jemand gesagt. War nicht gut. Aber ich habe Angst. Ich hätte mich fast verloren. Ich weiß nicht, ob ich bereit bin. Doch, Digga. Ich weiß nicht, ob ich bereit bin für das, was kommt. Komm. Zwei Spiele schon. Du packst das, Digga. Du hast Joker gespielt in Gotham. Du kriegst das hin. Dann. Weiter. Da. Da. Wie im Film. Führe sie durch die Dunkelheit. Auf Endor. Am Schluss. In den Baumhäusern der Evox. Da. Tschüss, Leute. Alter. Das hätte man in Ordnung machen können. Damn, boy. Ha. Da geht noch was. Na ja. Es ist zwar nicht das, was wir erwartet hatten. Aber das ist jetzt unsere Heimat. Ja, Grease. Das ist es wohl. Es liegt eine Menge Arbeit vor uns. Es dauert, den versteckten Pfad zu erreichen. Und die Anakoreten zu finden. Und einen Salon zu bauen. Ist zwar gruselig hier, aber ich sehe durchaus Franchise-Potenzial. Hm. Das hier gehört dir. Hm. Dose Bier. Es gehört zu uns allen. Oder eine Urne. Essen? Das wäre krank. Ja. Los geht's. Jo, das wollte ich hören. Haha, sehr gut. Dann los. Du bist ja ja hungrig. Ich mach was zu essen. Hattest du schon mal ein Skass-Steak? Komm. Können wir noch ein bisschen erkunden. Reise abgeschlossen. Du hast das Ende deiner Reise erreicht. Allerdings kann die Galaxis frei erkundet werden. Und vielleicht gibt es weitere Geheimnisse zu entdecken. Neues Reise Plus ist jetzt im Hauptmenü verfügbar. Alle Kampfstile und kosmetischen Objekte aus früheren Spielen werden zusammen mit einigen neuen Boni und Lichtschwertfarben freigeschaltet. Alle Fähigkeitenpunkte werden ebenfalls in dein neues Spiel übernommen. Neue Reise Plus kostenlose Vorteile. Reinheit erhöht den Waffenschaden von Verbündeten und Gegnern deutlich. Krieger ersetzt Standardgegner durch neue schwierige... Schwier... Schwieres Wort. Schwierigere Kämpfe. Trendsetter wählt deine kosmetischen Objekte zufällig aus, wenn du ausgeschaltet wirst. Oh, das ist ganz cool. Jo... Da sind wir. Kann ich das hier aktivieren oder... Wie löp dat? Ne... Aber... Punkte. Lichtschwert. Doppelklinge haben wir ausgebaut schon. Okay. Gehen wir mal zu Macht. Längeres Festhalten. Okay. Regeneriert mehr Macht, wenn ein Gegner besiegt. Ja, komm. Mach einfach mal, ne? So, okay. Okay. Ja. Achso, wir haben noch einen. Da brauchen wir zwei. Da brauchen wir einen. Erhöht. Wie viel Macht durch ein erfolgreiches Präzisionsausweichen wiederhergestellt wird. Nimm mal mit. Ja, jetzt könnten wir ein neues Spiel plus machen oder wir machen einfach weiter. Unterkunden mal die Lage. Tenelor haben wir 100%. Okay. Mehr ist da nicht. Was zeigt er hier an? Nicht gehörtes Echo. Ja. So viel zum Thema 100%. Ne? Dann... Gehen wir mal gucken. Ja, dann müssen wir uns echt mal überlegen, ob wir hier einfach weitermachen. Bis zum 30. Oder ob man noch was anderes starten. Aber... Ich denke, das hat keinen Wert. Weil... So ein kurzes Spiel ist mir jetzt nicht bekannt. Tatsächlich. Dass wir da noch was dazwischen boxen können. Aber wir haben noch andere Dinge, die wir spielen können. Jede Menge, die wir angefangen haben und noch nicht weitergemacht haben. Und daher... Oh. So. Mal gucken, wo das war. Die beiden Echos. Und dann, wo das ist. Ja, da drin. Schauen wir mal. Hm. was heißt laba hier oder da drin ne da drin da ok das wurde gar nicht angezeigt wenn du mich beschützt Geisterstern versteckst du dich all deine Freunde leuchten ewig leer ist der Himmel klar spür ich du bist da wenn dein Blick nicht stößt Geisterstern bist am Himmel nicht warum bleibst du außer sie zeig mir dein Licht das ist deine Pflicht Geisterstern sing mit mir Gute Leistung Gute Leistung Gute Leistung machen wir nicht sondern was na dann zurück hier warte ja so Ternador 100% machen wir schnell Reise zack da hin tödöm ok dahinter soll was sein da ist nix im Buch im Buch woanders hin mal sehen was wir finden genau ja 100% gerüchte erkunde die kammer der hohen republik im wald warum sehe ich denn hier nicht wie viel prozent 63,4 94,6 72,5 82,2 91,9 ok gehen wir erst mal dahin 94,6 gucken wir mal da hockt sie da hat dein daddy auch gesessen bevor ich ihn getötet habe ok wir sind da kerl setz dich ja ich würde sagen wir machen aber so weiter anstatt neues game plus weil da gehen auch ein paar sachen verloren habe ich mir sagen lassen dann machen wir einfach so weiter ja ab filme 18 19 19 20 21 22 22 22 23 23 und 23 25